Medizinische Ausdrücke Im Krankenhaus und beim Arzt Medical Terms in the Hospital and with the Doctor Das Krankenhaus, Hospital Das Universitätsklinikum University Medical Center Der Krankenwagen Ambulance Car Die Ärztin, der Arzt Physician Die Chirurgin, der Chirurg Surgeon Die Frauenärztin, der Frauenarzt Gynecologist Die Anästhesistin, der Anästhesist Anästiologist Die Neurologin, der Neurologe Urologist Die Orthopädin, der Orthopäde Orthopedic Die Apothekerin, der Apotheker Pharmacist Die Krankenschwester, der Krankenpfleger Nurse Nurse Die Patientin, der Patient Patient Das Röntgen X-Ray Die Magnetresonanztomographie Die Computertomographie Abkürzung MRT MRI Die Computertomographie CT CT scan Die Tablette Tablet or pill Das Medikament Medication Die Dosierung Dosage Das Betäubungsmittel Anästhetik Die Narkose Oder die Anästhesie Anästhesie Das Antipiotikum Antipiotik Das Schmerzmittel Painkiller Die Spritze Injection Or shot Der Schmerz Pain Der Bluttest Blattest Das Rezept Prescription Der Termin Appointment Die Aufnahme Hospital Admission Die Krankenhausentlassung Hospital Discharge Die Apotheke Pharmacy Beispiele Examples Bitte nehmen Sie Drei Tabletten Täglich Morgens Mittags Und Abends Jeweils Nach dem Essen Bitte machen Sie Ihren Oberarm Frei Für die Spritze Ich muss Ihnen jetzt Blut abnehmen Für einen Bluttest Sie brauchen noch ein Rezept Für die Medikamente So that's it for today Hopefully may natituran po kayo ngayon And kita kita po ulit tayo next time And please don't forget to like, comment, share and subscribe Nurse Urban TV Ciao 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 Ciao